Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Etagenwohnung liegt in Mausburg. 2009 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 53 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 557 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet.